14.8.2022, der Filwo schleicht sich an die Strecke des Monschau-Marathon. So richtig als Parkplatz ist das nicht mehr zu erkennen, aber dem Fahrrad hier scheint es zu geben, der laut Karte zu dem Weg da unten abkürzt, der ein Stück weiter unten an der Straße abgeht. Ich glaube, fast das hier war der Parkplatz und da geht jetzt unser Fahrrad rein. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, das ist sogar ein markierter Wanderweg. Ich dachte, das wäre nur so ein Geheimtipp. Aha, wieder was gelernt. Ich glaube, der Zweig ist richtig, denn da ist auch ein Schild. Hier stoßen wir jetzt auf den Weg. Manche Karten zeigen jetzt geradeaus eine weitere eine Verlängerung auf den nächsten Weg an. Aber davon ist hier erstmal nichts zu erkennen, sonst nehmen wir den hier runter auf den nächsten. Ich würde mal sagen, die Karten, die da den abzweiten, den Trampelfahrt noch eins tragen. Der ist zu verwachsener. Gehen wir hier den Schlenker. Noch ein hübsches Wegelchen. Ich habe schon mal sehen, der nächste Weg liegt ein ganzes Stück tiefer. Okay, das wäre der. Jetzt habe ich natürlich die Vegetation und so weiter ein bisschen unterschätzt, denn wenn Karten- und Satellitenbild nicht lügen, sieht das hier nicht wie ein Weg aus? Das überrascht mich jetzt ein bisschen, denn damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Siehste, hier hat da wohl manchen den Mut verlassen, aber laut Karten und Satellitenbild treffen wir hier auf einen Weg. Jawohl, da ist er doch. Treffen wir auf dem Weg. Und es gibt im Prinzip also hier schon eine Verbindung nach oben, die noch nicht auf den Karten eingezeichnet ist. Gut zu wissen. Da sind wir schon fast unten. Rechts geht es wohl wieder zu einem Hochsitz. Da unten ist schon der Weg. Wunderbar. Alles gefunden. Ganz ungewöhnlich für der Februar. Da plätschert die Ruhr. Da haben wir die Klubbachbrücke und da kommen auch schon ein paar Laufgenießer an den Verpflegungsposten. Prima. Super. 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 Prima. Man muss es mal festhalten. Ach, cool. Auch. Prima. 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 Oh, jetzt wird dann jeder Tratt nämlich. So, mal schieb. Prima. 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 Die Marathon lopers früher, aber nicht mehr! Stop! Stop! Nochmals! Danke! Moin! Moin! Nein! Der will! Stefan! Hi! Wo war Stefan? Hey! Morgen! Super! Morgen! Ja, Ole! Wunderbar! Der ganze Clan! Rima! Super! Rima! Super! Roger! Peter! Jesus erachtet! Aphra! Okay. Vielen Dank. 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 Das macht nix. Dafür hast du die Kapp auf. Set dann jetzt auf. Okay. immer immer der Wohler Wunderbar! Ja, viel Spaß noch! Prima! 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 Muss ich mal laufen? Nee, brauchst nicht laufen! Nicht übertreiben! Weg ist noch lang! Ist das schön hier wieder! Endlich! Fünfte Mal jetzt hier! Immer wieder schön! Viel Spaß noch! Super! Prima! Prima! Super! Prima! 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 Vielen Dank. 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 Dann brauchen wir das nachher nicht digital machen. Prima. Super. Super. Ihr lauft geradeaus weiter. Ach, das Touristische hier, das mache nur ich. Da sind die ja schon wieder. Das ist ja schon. Dankeschön. Das Führungsfahrzeug des 44. Monro Marathon nähert sich euch. Und im Klimbau haben wir den fuhrenden Markus May, der das Feld seid gut heiß und anführt. Prima. 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 Super. Prima. 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 Da ist der Kurt hier wieder. Super! Super! Prima! Super! Prima! Prima! Dankeschön! Prima! Prima! Genau! Haas und Igel! Prima! 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 Das ist die Hauptsache. Viel Spaß noch. Danke. Prima. Da muss natürlich auch alles vorbereitet werden. Ja. Das sagt natürlich. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Marion. Super. Ach, die Position gewechselt. Jawohl. Ich kenne die Abkürzung. Albert. Albert. Super. Prima. Super. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Trainern. Prima. 簡單. Das ist ja... Rima... Rima... Super... Rima... 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 Prima! 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 Super! Prima! Masse! Ja, und dann hat er halt ein bisschen zu viel Dampf gegeben. Prima! Und, äh... Prima! Super! Jetzt! Prima! 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 Ersuchen wir doch mal zu lächeln! Ja, wenn das noch geht, ist die Hauptsache! Ja, alles gut! Prima! Durch Corona fehlen drei Wochen Training, da muss man halt... ein bisschen... Super! Prima! 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 Da kommt der Sommer. 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 Zupfer Prima Prima Super Prima 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 Sollte Super! Hallo! Klasse! Hi! Prima! Prima! Hallo! Ach grüß dich! Hi! Prima! 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 Super! Prase! Prima! Super! Prima! 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 Mein Gott! Prima! 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 Settelung! Prima! owei! Krass! Prima! Super. 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 Prima. Wolfgang, klasse. Super. Super. Prima. Super. Lase. Prima! Super! Klasse! Prima! 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 Es soll ja auch ein Sinnlos-Marathon sein! Genau! Prima! 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 Noll, Noelle, Nasse Na Na Super Prima 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 Super Prima 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 Super! Klasse! Klima! Super! Super! Klima! Super! Klima! Ich wollte sehr viel Spaß hören! Super! Klima! Klima! Nicht nur mehr 10 Kilometer! Genau! Super! Jetzt machen wir schon extra langsam, wenn man immer noch wächst! Ja, das wäre furchtbar! Klima! 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 Super. 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 Super Super Rima Super Rima Super Super Rima 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 Super Rima Super Super Prima Super Prima Super Prima Super Wiss ich Danke Aber gerne Prima Super Prima 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 Klasse Prima Prima Super Klasse Prima Super Prima Klasse Super Prima 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 Zipa Imar Zipa Hase Imar Zipa 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 Rimmah Rimmah Da gibt es Rimm Abadjahne Super Rimmah Super Rimmah 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 Geh so ruhig durch, das stört nicht Okay Das gehört zum Ambiente Super Rimmah Rimmah Du bist der, der die Videos macht Der Filwo, genau Ja Rimmah 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 ja der mag wieder wunderbar wieso ist anstrengend hauptsache spaß hi Susanne prima super klasse der Dirk wieder klasse 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 super 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 klasse 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 super prima super 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 klasse 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 Super! Rima! Super! Rima! Super! Prima! 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 Ach, genug, smart as one! Prima! 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 Klasse! Prima! Jürgen, da bist du ja wieder! Lächeln kannst du auch noch, das ist ja auch die Sache. Wie ihr am besten zurechtkommt. Prima! Super! Die zwei Profis hier, super! Ja komm, wir sind voll auf. Nee, müsst ihr nicht. Ich hab meine Eltern hier sehen, du brauchst keine Größen mehr. Prima! Super! Prima! Prima! Da wird zurückgeschossen! Klasse! Prima! Super! Super! Klasse! Super! Danke! Klasse! Ja! Klasse! 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 Prima! Super! Super! Ultra mit 56 und wegen Vereinsjubiläum noch ein Ultra mit 70. Aber den Marathon gibt es auch als Staffel, da kann man sich zu viert dann einteilen. Und hier möchte ich das Feld jetzt komplett durcheinander schon. Und wir sind auch gut im Wandern. Aber das ist ja wieder... Ist ein bisschen länger! Ebenso! Willem, wie ist es? Ach, scheiße! Schnell! Ach! Prima! Der Jörg wieder! Klasse! Super! Prima! Super! Prima! Flüchtige Menschen machen wir aber hier! Prima! Flüchtige Menschen beim Marathon! Super! Muss nicht sein! Wieder zurechtkommst! Prima! 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 Untertitelung des ZDF, 2020